Ab heute ist er der mächtigste Mann der Welt, Joseph Robinett Biden Jr. Sein Alter immer wieder ein Thema und die Frage, was geht mit 78 Jahren? Er sei ein Mann, der die Amerikaner schon jetzt einen könne, aber auch einer, der ein Risiko für die Demokraten sei. Wer ist Joe Biden wirklich und wie wurde er, was er ist? Wenn Joe Biden in seiner Heimat ist, schaut er gerne bei Tom Owens rechts im Bild vorbei. Bei ihm gibt's Sandwiches. Seine Herkunft macht Biden im Wahlkampf immer wieder zum Thema, auch wenn es um Trump geht. Scranton ist eine Kleinstadt in Pennsylvania, gut 200 Kilometer von New York entfernt. Die Gegend ist nicht reich. Biden stammt aus der hart arbeitenden Mittelschicht. Auch heute noch ist er oft vor Ort, wie hier anlässlich einer Demo. Warum Biden immer wieder über Scranton spricht, weiß Peter Wittig. Er ist jahrelang Botschafter in Washington und kennt Biden persönlich. Er betont immer wieder seine Jugendzeit und die war nicht eine ganz einfache Kindheit. Er hat es dann geschafft zum College, zur Universität. Er hat sogar eine Promotion gemacht. Und das ist etwas, was ihm Glaubwürdigkeit gibt. Biden steht dazu, dass er als Kind gestottert hat, gehänselt wurde. Diese Ehrlichkeit mögen die Menschen und seinen ausgeprägten Sinn für... ...seine Familie. Biden ist ein Familienmensch. Er ist vierfacher Vater und Großvater von sieben Enkelkindern. Macy, Finnegan, Naomi und Natalie sind vier von ihnen. Wenn du am Tag nicht mit ihm sprichst, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Er hat am Telefon immer eine große Energie, auch wenn er gerade 15 Interviews hintereinander hatte. Hi Pop, ich spreche gerade über dich. Ich gehe jetzt nicht jeden Tag ran. Meine Mailbox ist voll mit Nachrichten von ihm. Seine Frau Jill heiratet er 1977. In der Zeit, als eine ehemalige Mitarbeiterin behauptet, Biden hätte sie vor Jahren belästigt, halten sie zusammen. Biden bestreitet die Vorwürfe bis heute. Vor Jill gibt es eine andere Frau und Joes Leben, Nilia. Seine Schicksalsschläge. 1966 heiratet Biden seine Collegefreundin Nilia. Mit ihr bekommt er drei Kinder. Sie sind glücklich. Doch ein Moment verändert alles. Nilia und die damals einjährige Tochter Naomi kommen bei einem Autounfall ums Leben. Jo ist plötzlich alleinerziehend. Er macht trotzdem weiter mit Politik. Seine Vereidigung findet im Krankenhaus statt, damit seine Söhne dabei sein können. Ich mache das Versprechen. Wenn wir in sechs Monaten feststellen, dass es als Vater und Senator nicht klappt, muss ich es lassen. Von da an fährt Biden täglich vier Stunden mit im Zug, um neben der Arbeit bei seinen Kindern sein zu können. Spitzname seitdem Amtrak, Joe. Amtrak heißt die US-Bahn. Jahre später schlägt das Schicksal noch einmal zu. Mit 46 Jahren erkrankt Bo Biden, sein Sohn aus erster Ehe, an einem Hirntumor. Kurz vor seinem Tod sagt er über seinen Vater. Er ist der Großvater, den meine Kinder lieben und ein Präsident, den unser Land braucht. Tatsächlich, noch nie erhält ein Kandidat so viele Stimmen wie Biden. Dabei ist nicht alles an ihm perfekt. Er ist häufig ins Fettnäpfchen getreten, wenn er sich hat hinreißen lassen. Aber das macht ihn auch menschlich und sympathisch. Menschlich und sympathisch, genau darin liegt seine Stärke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017